In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, bekommt Carlos ein unmoralisches Angebot. Fast wäre Alicia, Josefeng Bressel, in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, hinter seine Lügen gekommen. Denn als sie Carlos, Patrick Fernandes, bei seiner vermeintlich neuen Firma besuchen wollte, war dieser natürlich gerade als Taxifahrer durch Berlin unterwegs. GZSZ. Carlos rettet die Situation. Gerade rechtzeitig gelang es Carlos, sich in das Bürogebäude zu schmuggeln und die wartende Alicia am Empfang abzuholen, die folglich keinen Verdacht schöpfte. Doch er ist sich jetzt umso mehr darüber bewusst, dass er sein Lügenkonstrukt nicht ewig aufrecht erhalten kann. Dazu kommt, dass er in der WG bei Lilly, Iris Marei-Kestin, Toni, Olivia Marei und Moritz, Lennart Borchardt, nicht gerade beliebt, sondern nur geduldet ist, bis die Wohnung, die er behauptet beziehen zu wollen, saniert ist. GZSZ. Carlos ist schwer vermittelbar. Was also tun? Von der Headhunterin hat Carlos vor wenigen Tagen erfahren, dass er in der Baubranche verbrannt ist, obwohl er von der Anklage des Totschlags im Prozess gegen Katrin, Ulrike Frank und Tobias, Jan Kittmann, vor Gericht freigesprochen wurde. Entschuldigen Sie, ich war jahrelang erfolgreicher Bauunternehmer in Spanien. Mein letzter Job war als CEO für WL. Ich will eine angemessene Position, reagierte er pikiert auf das Angebot, sich zwecks Abrissarbeiten für eine Anstellung in Cottbus zu verpflichten, bei der er selbst hätte mithanpacken müssen. Das habe ich auch versucht, und dabei erfahren, dass es bei ihrem Prozess auch um Brandstiftung, Schwarzarbeit und Erpressung ging, entgegnete die Headhunterin. GZSZ. Carlos in der Schuldenfalle. Fest steht, dass Carlos auch finanziell am Limit ist. Fast hätte Eric 800 Euro geklaut, entschied sich letztendlich aber dazu, ein paar seiner Designeranzüge zu verkaufen, um an Geld zu kommen. Dann spielte ihm der Zufall in die Hände. Im Mauerwerk sah er zufällig Evelin Steinburg, Sarah Rebecca Gerstner, am Tresen sitzen, deren Firma seine Bewerbung kürzlich abgelehnt hatte. Mutig sprach er sie an und konnte sie von sich überzeugen. Wissen Sie, ich denke, dass meiner Personalabteilung ein Fehler unterlaufen ist, teilte sie ihm am Ende des Gesprächs vor dem obligatorischen Nummerntausch mit. Tatsächlich meldet sich Frau Steinburg, mit einem unmoralischen Angebot. GZSZ. Frau Steinburg macht Carlos ein unmoralisches Angebot. Wir arbeiten in einer knallharten Branche. Da kämpft man mit allen Mitteln. Nicht immer fair, erklärt Carlos der Unternehmerin, nachdem sie tatsächlich wieder Kontakt aufgenommen hat. Doch schnell wird klar, dass Steinburgs Interesse an Carlos an eine Bedingung geknüpft ist. Ich will ganz offen sein, ich bin schon eine ganze Weile auf der Suche. Wenn Sie wollen heute Abend bei mir, dann besprechen wir, wie es mit uns weitergeht, unterbreitet sie ihm ein unmoralisches Angebot. Ob er darauf einsteigen wird, Alicia, die ihm sogar noch beim Einkleiden für das Vorstellungsgespräch half, ahnt von nichts. GZSZ. So reagiert Carlos. Carlos lehnt Steinburgs unmoralisches Angebot zunächst ab. Doch als ihm klar wird, dass er Alicia immer tiefer in seinen Strudel aus Schauspiel und Lügen hinabzieht, setzt er zu einem Befreiungsschlag an. Er ist bereit, mit Steinburg ins Bett zu gehen, wenn die im Gegenzug all seine finanziellen Probleme löst. Als er abends bei Steinburg vor der Tür steht, geht sie gleich in die Vollen. GZSZ. Paul will Alicia schützen. Allerdings bricht Carlos den Sex ab. Ich kann das nicht, rechtfertigt er sich überfordert und stürmt aus dem Haus. Was er in seiner Eile nicht bemerkt. Paul, Niklas Osterloh, steht nur wenige Meter weiter im Garten und sieht alles mit an. Für ihn ist sofort klar. Carlos betrügt Alicia. Nihat, Timur Oelker, ist der Meinung, dass Paul Alicia reinen Wein einschenken sollte. Doch der will sich nicht noch einmal die Finger verbrennen. Er ist ein Wiederholungstäter. Das wird schon von ganz allein auffliegen. wir sprichern damit, 20600ila tighter immer mitيع Zeitung von Kellmannier Osterloh Herr Buhl und Die Tür reinträglich kann das nicht noch einmal die Uhr. Jobs zeigt das Licht in Action gereinigt geht, was aber bestellt sich zum Beispiel wiederum ein Stück. und an ihrer Heilung. Verbrauch weh mir ein Gef 그렇게 following in allen,